Kennen Sie Boris Becker aus Heidelberg? Der Junge ist 16 Jahre alt und das größte Talent des Deutschen Tennisbundes. Er rangiert in dieser Computerrangliste, die Sie hier sehen, auf Platz Nummer 563. Björn Borg war auch noch drauf, der ist übrigens noch 281. Aber der 16-jährige Boris Becker gilt als das größte Talent im deutschen Tennis. Eine Reportage von Volker Kottkamp. Mein Ziel ist, in die ersten zehn zu kommen in die Welt. Und das war ein halter Weg, aber ich würde alles dran sitzen. Dass er erst 16 Jahre alt ist, mag man kaum glauben. Boris Becker hat bereits jetzt die Figur eines Athleten. 1,86 Meter groß, 78 Kilogramm schwer. Nicht nur die Tennisinteressierten sind mittlerweile auf ihn aufmerksam geworden. Anlass sind die sich mehrenden Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene. Zweiter bei der Jugendweltmeisterschaft, deutscher Jugendmeister, Siege gegen etablierte nationale Konkurrenz, jüngster Spieler, der jemals an einem deutschen Grand Prix-Turnier teilnahm. Trainiert wird Boris Becker seit Jahren vom jugoslawischen Verbandstrainer des badischen Tennisverbandes, Boris Breskwar, der ihn behutsam aufbaut. Aufgrund seines Talents und seiner Spielweise gibt Becker, der als ehrgeizig, trainingsfleißig und gewissenhaft gilt, zu größten Hoffnungen Anlass. Ab und zu, wenn du im Bedrängnis bist, dann nimmst du ihn zu weit hinten. Dann musst du ihn weiter vorne nehmen. Wenn du im Bedrängnis bist. Boris Breskwar erkannte als erster das Talent von Becker. Immer wieder hat er ihm bei Rückschlägen Mut gemacht. Die gemeinsame Arbeit hat Früchte getragen. Ja, der Boris hat schon Ausnahmequalitäten. Seine Stärke liegen in der Technik. Er ist technisch fast perfekt. Dazu ist er noch sehr kraftvoll. Sein Tennis ist sehr kraftvoll. Und noch sehr raffiniert spielt er dazu. Diese beiden Komponenten zusammen findet man auch bei Weltklasseleuten sehr selten. Ich glaube, dass er, wenn er noch seine Schwächen, die vor allem im Konzentrationsbereich liegen, wenn er die beseitigt, dass der wirklich ganz weit nach oben kommen kann. Im Alter von drei Jahren machte Boris erste Bekanntschaft mit einem Tennisschläger. Er schlug stundenlang Bälle gegen Tennis- oder Garagenwand. Auch die Tatsache, dass Bundestrainer Richard Schönborn ihn für nicht förderungswürdig hielt, konnte die Karriere nicht aufhalten. 1977 gelang Boris hier im Vordergrund in Bad Salzuflen mit neun Jahren der erste überregionale Turniersieg. Zu jenem Zeitpunkt stand Boris, dem überdurchschnittliches Ballgefühl attestiert wird, noch vor der Frage Fußball oder Tennis. Er entschied sich wohl auch unter dem Einfluss der tennisspielenden Eltern für den kleinen Ball. Becker siegte hier bei einem Turnier, bei dem einige Jahre zuvor ein junger Mann teilgenommen hatte, dessen Initialen ebenfalls BB lauten, Björn Borg. Ob Becker dem Schweden jemals nacheifern kann, weiß heute niemand. Mit den Erfolgen aber kam es auch immer stärker zu der Problematik Schule und Leistungssport. Auf der einen Seite war es natürlich für uns als Eltern schön, einen Sohn zu haben, der gewinnt. Und es war aber auf der anderen Seite für uns dann die Frage, wie weit kann er diesen Sport mit der Schule vereinbaren. Welche Lösung haben Sie gefunden, um diesen Konflikt nicht eklatant ausbrechen zu lassen? Wir haben uns mit dem Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg, wo Boris zurzeit in der Schule ist, dahingehend geeinigt, dass Boris das Einjährige macht, also die zehnte Klasse vollendet, um dann zwei Jahre Urlaub zu bekommen, einen sogenannten Urlaub von der Schule, um einmal, wie man sagt, ins Wasser zu springen. Kann er schwimmen, ist es gut. Kann er nicht schwimmen, kommt er wieder zur Schule zurück und kann da weitermachen, wo er aufgehört hat. Für Boris Becker war es in der Vergangenheit nicht immer einfach, Schule und Tennis miteinander zu verbinden. Das Helmholtz-Gymnasium kam ihm dabei entgegen. Wir haben, soweit es ging, ihn befreit vom Unterricht. Wir haben aber dann gleich gesagt, dass wenn das natürlich über längere Zeit andauert, dass wir dann das Ministerium einschalten müssen, beziehungsweise die Schulbehörde. Und das ist dann auch geschehen vom Badischen Tennisverband. Und das Ministerium hat uns dann eine Sonderregelung für ihn zugestanden. Waren irgendwelche Voraussetzungen an diese Sonderregelung geknüpft, was den Leistungsstand von Boris Becker angeht? Insofern, als eben für ihn sozusagen ein Sonderprogramm entwickelt worden ist, in dem die Klassenarbeiten insbesondere nicht mehr in der normalen Reihenfolge geschrieben werden mussten, sondern dass ihm zugebilligt wurde, dass sein Leistungsstand schriftlich und mündlich am Ende des Schulhalbjahres überprüft wird. Häufigster Grund für Schulbefreiungen, die Teilnahme an internationalen Jugendturnieren, wie hier im österreichischen Villach im Sommer des vergangenen Jahres. Beim Stand von 6 zu 3 und 5 zu 4 gegen den Österreicher Antonitsch demonstriert Becker, der im Übrigen auch hervorragend doppelt spielt, in der entscheidenden Phase des Endspiels eindrucksvoll seine Stärken. Aufschlag, Passierbälle, druckvolles und variantenreiches Spiel. In diesem Jahr ist sein Turnierplan noch gedrängter. In der Bundesliga spielt er für Grün-Weiß Mannheim. Er soll bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles am Tennis-Demonstrationswettbewerb teilnehmen und er wird verstärkt bei Grand Prix-Turnieren mitspielen. Ab Sommer, nach der mittleren Reife, ist dann der Konflikt Schule-Leistungssport beendet. Für Boris war das Verlassen der Schule nach dem Einjährigen übrigens keine schwere Entscheidung. Ich kenne nicht so viele Jugendliche, die so gerne auf die Schule gehen. Und ich bin auch einer davon. Zwar bin ich noch in der Schule, also ein durchschnittlicher Schüler, aber so wehtut mir es nicht, dass ich von der Schule weggehe. Was kann man sagen, was haben denn so die Klassenkameraden und Freunde dazu gesagt? Ja, die haben es, also die Freunde haben es verstanden. Viele haben es verstanden. Aber so manche Lehrer, die sagen doch, dass es vielleicht doch besser wäre, das Abitur zu machen und vielleicht dann erst Tennis-Profi zu werden und so. Die sehen das nicht so. Wie sind Sie überhaupt fertig geworden mit dieser Doppelbelastung? Schule auf der einen Seite und Tennisspiele auf der anderen? Ja, das war recht schwer. Ich hatte halt kaum Freizeit. Mein Tagesablauf war, ich kam von der Schule um halb zwei, hab dann Hausaufgaben gemacht oder gegessen, bis in drei, so weit wie es ging. Tennis gespielt bis in sechs, halb sieben, war ich um sieben daheim, Abendbrot gegessen, dann noch Hausaufgaben gemacht, bis in neun gelernt, da ins Bett gegangen. Und da war sehr wenig Freizeit. Becker gilt als trainingseifrig. Er profitiert dabei von den idealen Trainingsbedingungen im Landesleistungszentrum, das nur wenige hundert Meter vom elterlichen Haus in Leimen entfernt liegt. Bei allen Voraussetzungen, die er mitbringt, steht Boris Becker vor einem schweren Weg. Viele Jugendliche in der Bundesrepublik verfügten im vergleichbaren Alter über ähnliches Talent, ohne später die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Die steigende Popularität, die Verlockungen der Werbung und der Industrie, das sind Probleme, die in verstärktem Maße noch auftreten werden. Das Talent ist vorhanden und die Zielsetzung klar. Mein Ziel ist, in die ersten zehn zu kommen in der Welt. Und das war ein harter Weg, aber ich werde alles dran setzen.